Für uns waren schon immer die Materialien, mit denen wir arbeiten, wichtig. Und Holz war natürlich immer das Wichtigste. Was wir daran lieben? Die Vielfalt. Holz hat Geschichte. Die Oberfläche von Holz erzählt uns etwas. Und jedes unserer Projekte hat auch eine eigene Geschichte und besondere Herausforderungen. Sobald aus Holz und anderen Materialien etwas Ästhetisches wird, mit Liebe, mit harmonischem Design, ein Einzelstück, das ist für uns das Größte. Wir sind das Team Josten und unser Herz schlägt für Holz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017